Jetzt habe ich hier einen Nebenquest. Amandas Telefon. Komm, meet me behind the bleachers on Hollywood Blvd. Oh, hey. Smiley face. Hey, thanks. Bye. Oh, the fuck are you, Alter? Jagdgewehr der Liquidars. Agilité. Wenn der Zombie tut, er hat so eine kleine Beweglichkeit. Ähm. Okay. Wir haben also noch ein paar Nebenbisschen übrig. Willkommen in Todd's Emporia. Gut, aber ich würde sagen, das Ende reicht. Die, äh. Die Story ist ja damit beendet. Das Projekt quasi auch. Kuss. Oder? Was ist das da? Oder sollen wir das noch? Wollen wir wieder mit der Reise sammeln? Ach, komm, wir machen die Nebenquest noch. Machen wir die noch fertig. Wo ist denn hier die Quest? Wir gehen viral. So. Aaaaah. Hey, 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 hey. So eine Axt im Kopf gehabt. Sag. So. Wo ist das? Da oben? Wo bin ich da? Ach, hier hinter, da? Was ist jetzt los hier, ha? Oh, guck mal, meine Hand. Ich bin voll Nomen. Hier sehen wir das hier, wenn ich in dem Licht bin. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ach, okay. Oh, ja, du kam. Das funktioniert so perfekt. Das kann sein. Ich bin nicht dein Spiel. Das ist nicht safe. Wait, wait, hear me out! Sure, I've been edgy and dangerous in the past, but I swear this is safe. There's all these cameras set up for the awards, right? If we get those online, we get live footage of the whole street. Hands free! You're seriously proposing a CCTV setup that we could use? Okay. That means you're cool with it, right? Then let's fucking go! Oh, but I still need to actually turn the cameras on first. Guess I have to endanger myself just one last time, huh? Don't manipulate people. But for you, I will fix the power. Knew I could count on you. I'll stick up here. Got some final boring technical stuff to set up, before I launch this reality show. TTYL! Schalte die Kameras für Amanda's Dream ein. So. Ah. Das war nicht ganz das, was ich wollte. Ich wollte mal kurz gucken. Was ist denn hier? K. Wir hatten irgendwo eine neue Karte bekommen. Hier. Kaboom. Zombies mit Hilfe von Feuerschock oder Kausikschaden getötet werden zerbersten in mächtigen Explosionen. Wohl das Maximum... Ne, ich gebe mir das hier. So. Und wir können ja anscheinend Autofahr... Ich hatte ja gehofft, dass Autofahrgefähigkeiten mich daran hindern, mich zu verwandeln quasi, wenn ich die nicht benutze, aber... Das hat sich wohl erledigt. Oh. What's here? Liz, you gotta come out here to the street. Found two big names you just have to meet. I can't believe I've fallen for this again. Haha, you mad? Only way we're getting off the street now is if you get over here and fight our way out. We will have words, Amanda Stiles. Who do we voodoo, bitch? Ich renne das Power-Pärchen. Nochmal, Platz hier. Ich sag mal, Platz! Damn! Rebecca Whitcarter. Who the fuck is Rebecca? Der, du bist ja... ... So, hier. Mach Platz. Dieses. Guten Tag. Mmh. Zampi. Oh, jetzt noch die Pannenshow und dann... Ja, was macht der denn da weg, der Pfeifenreiniger? Hau da mal ab! Wow! Oh! Achso, diese Rüstung, Junkies. Nein, der wird jetzt nicht rumgeschrien. Oh! 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 Ah! Ah! You get it now? This is reality. People are dead and more will die if we don't break the internet with brutal celebrity slaughter. Amanda, I know it sounds like a great idea, but believe me, it ain't. It's way more dangerous over here on the Romero stage. Oh Amanda, was tust du denn nur? Oh! 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 Oh. So... Jetzt! Das war's mit der Rap-Karriere, mein Freund. Lass mich los, du dickes Ding. Oh shit, oh shit. Oha. Ha! Wie geht mir das? What the fuck ist dein Problem? Jetzt wirst du verbrugelt. Nicht ich. So, im Kreis laufen. Tänzeln. Wie ein Boxer. Wie so ein verschissener Boxer bin ich, oha. Oh fuck. Hier. Was machst du da für ein Feuer? Entferne um dich herum. Holy Jesus. Mach dich weg. Ich hab früher deine Lieder gehört. Aber da warst du auch noch gut. Oh no. No. You leave other people out of this. Wow. He really thinks so little of me, don't ya? Oh. Well. This is it. No turning back. Let's become the faces of this outbreak together. They think twice twice. Like these two famous warrants. Not because they're zombies, but... Oh. Just kill them already. Wen? Shit. Eddie Otz hier, Alter. Wer ist Eddie Otz? Fuck. Du hast ein ganz großes Problem, Männer. Verhase ich diese Viecher. Ja, der war ich da im Haus. Billy Hoffman. Who the fuck is Billy Hoffman? Ich hab aufhört mich anzukotzen und alles mögliche. What the fuck? No, endlich. Damit kann ich arbeiten. So, jetzt wird sie erstmal aufgehört zu kotzen. So. Jetzt bist du dran. Enough. Please. Amanda. I'm worried about you, girl. You think I would call you out here if you could stop me? I was bitten before you even got here. No. Don't say that. You're just yanking my pants, yeah? Never let the bleachers. Amanda wurde gebissen, kämpfe dich an Grace und Nick vorbei, um zu ihr zu gelangen. Hör auf hier rum zu schreien, oh shit, hier geht da essen, Nicholas the Lion, fucking Nicholas Cage. Du warst einer der guten, oh fuck, aua, ich blute, shit. Das ist ein hässliches Visagengedichter weg, oh shit, aua. Shit. Oh mama. Holy. Für Sam Bee motherfucker. Amanda. Amanda. Shit girl, what have you gone and done? Oh no. Stop fucking around. Amanda, this ain't funny. Amanda, rauf. Amanda, ich will das nicht tun. Nein. Nein. Oh shit, fucking shit. Amanda. Amanda dropped a note. Mach aufklappen. Hey best friend, ich hab dich reingelegt. Ich wünschte, das könnte ich jetzt sagen, aber ich glaube, das war's für mich. Dein Zombie-Arsch hat mich erwischt und ich glaube nicht, dass ich dieses Video noch rechtzeitig fertig kriege. Deshalb musste ich mich vom High HQ Fan halten. Ich will wirklich niemandem wehtun. Ich will wirklich niemandem wehtun. Aber du bist im Mond, stimmt doch, oder? Daher muss ich dich leider noch um eine Sache bitten. Nimm ein Video und stell es online. Muss nicht heute sein, aber irgendwann. Meine Fanbase soll wissen, was passiert ist. Und vielleicht kann das sogar ein Leben retten. Mein Passwort ist... Was? Ich bin eine Internetberühmtheit? Der süßster... Querverweis... ...würde ich mit einem Luke gehackt. Ich hoffe so sehr, dass du rechtzeitig hier bist, best friend. Alleine sterben wäre echt scheiße. Ich will einfach nur reden. Ein paar Videos drehen... Weiß auch nicht. Ich überlege mir, wie ich das mache, wenn du hier bist. Wie auch immer. Peace. Deine Amanda Kapitän. Achso. Deine Amanda Kapitänin, Amanda Styles. PS. Nimm dir mein Zombie-Ex in den Händen von irgendeiner anderen Idioten. Wäre das voll verschwendet. Achso. Nimm dir mein Zombie-Ex. Verdammt! Wenn du nicht einfach in der Basis bleiben könnt. Holy shit! Wie viel liegt hier oben? Wie viel liegt hier oben? Was zie ich mir? Was... Was ist das? War das nicht wirklich? Was ist das? Keine Amanda? Das ist ein BITE. Jetzt in L.A. gibt es ein ZOMB-Bes. Keine Worte. Als ich versucht, ein Bild zu zeigen, einer mich hat. Ich fühle mich schon aus. Ich fühle mich schon aus, also habe ich entschieden. Für dieses Video, werde ich euch zeigen, was kommt weiter. Share dieses Video überall. Wenn der Algorithmus versucht, das unter dem Rücken, nicht lasse es. Ich habe mich auf einen von ihnen gemacht. Ich habe keine Entschuldigung, nur dass ich... Sorry, dass ich nicht sehen, deine Reaktion zu sehen. Das stimmt, Armada! Los geht's großartig! Schrauben die Fs in Chat für später. Du hast ein Job zu machen. Ich mache mich famous! Ich muss nur ein Messer für ein Freund erstellen. Ich hoffe, sie kommen in Zeit, oder heutes Video wird auch schwer. Oh. Und Mom? Maybe don't watch this one, okay? Love you. So much. Alright. I'm ready. Hey Bestie! It's your girl, Amanda Stiles. Swear to you, this is the last time. Das war das letzte Mal, ja. Dan, Raish, Kristen. Cool, wenn die echte Namen stehen würden. Was ist das echt dann? Kissy Jones. Wie? Michelle Fox, oder? Weißen das noch den Namen von den Machern hier. Man, das macht mich traurig, dass sie gestorben ist. Die war echt cool. Also ich hatte hier und da meine... Meine, meine... Meine nervige Situation mit ihr, ja, aber... Alles in allem war sie cool. Gegen euch Zombies! Ihr verfickten! Ich werde hier langsam sauer! Nicht aufhören, nicht aufhören! Ich werde hier im Training bleiben! Ah! Warte, ich mag teils, der wurde in seiner Prime geführt, ja? Oh, hat der noch Ohren abgebissen. Ähm... Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nee... Hör doch mal auf, hier rumzukotzen, Junge. Okay, die Safe-Schlüsse habe ich auch nicht. Wir haben doch drei Quests irgendwo, ne? Wo war das? In Windes Beach? Ocean Avenue. Hier ist auch noch ne Quest. Ach, da vorne, das sehe ich gerade. Man, ey, das finde ich voll doof mit dem Männer. Hätte... Also ihr gegönnt sein. Komm. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, finde ich das Ende mit dem Geschmissen gewünscht. Ich würde gerne ein bisschen... mit Gonrad los ist. Dann fang mal Sebastian hier. Oh nein, was ist mit dem da? Äh... Der andere da. Wie bist du aus Monarch Studios? Teleport? Oh... Hey... Ja... Body-Snatchers nicht machte Dinge einfach. Aber wir sind hier. Und ich bin froh, zu sehen. Sie sind hier, um Kapitän Vixen zu retten, um die Planet Hollywood zu retten? Haha... Geez... Entschuldigung... Das war schade. Keine Ahnung, Junge. Und wo, brave Cadet, ist dein Kapitän Vixen? Sie hat mich geordert, um hier zu bleiben und die Posten zu retten, während sie etwas im Chinese Theater macht. ... allein. Ich bin... Es ist wie, ich bin einfach nicht wertvoll. Denkst du, dass sie mich vertraut? Ich meine... Ich brauche... Ich brauche eine frische Karte-Armour. Du kannst auch Karte-Armour tragen, aber ich brauche eine Sonnengelände. Also bleib hier und ich werde deinen guten Kapitän retten. Danke. Ich bin sorry, dass ich keine Hilfe mehr kann. Ein Zeichen der Hoffnung. Aber wo ist die denn jetzt hier wieder? Oh, who the fuck are you, Todd? Ich habe dich noch nie gesehen in meinem Leben vorher. Oh no. Hier werde ich rumgeschrien. Achso, Amanda hat mir da auch eine Waffe da gelassen, ne? Zomp-Eggs, holy shit. F2-Details. Infektion. Wenn dein Zombie triffst, wird dann zusätzliche Blutungsschaden zugefügt und Zombies in der Nähe fangen ebenfalls an zu bluten. Danke, Amanda. Diese Waffe werde ich in Ehren halten. Hey, sollst du überleben. Der wird natürlich nicht leben. Das hast du doch. Fuck. Ach, hier wollte ich hin. Der war ich schon. Bring sie ja alle um. Komm mal. Warte, hey. Warte, oben. Aua, das ging ja das Knie, ne? Zack. Schnauze. Oh, damn. Sag B. Hu, du, ihr Voodoo, Bitch. Probier das nochmal. Schenk mir was auf die Augen, Junge. Aua, das muss ich hier sein. Haha, es ist wirklich ein kleiner Welt. Was machst du hier? Wundere, was ihr hier macht? Sebs surfeiert eine unverständlichere Meldung. Oh, Sebastian. Er macht bereits mehr als genug. In fact, he gave me this idea. I didn't want to put him in danger again. Though, I admit I could use an extra pair of hands right now. Just a pair? You're doing better than me. But I've got five minutes to spare. Monarch Studios was shipping marketing gear for the awards via the Metro. Including a logo filter meant for one of these big spotlights. As far as I can tell, it got to the station, but no one collected it. Are you going to defrobilize the Zapper Crystals to stop the zombies? It's not about stopping them. It's about gathering survivors. Maybe even some of my Space Fox Castmates. Strengthen numbers. Now be careful. There's rumors of zombies down there, if you can believe it. I'm going to go to the Metro and search for the Space Fox. I'm going to go to the Space Fox. I'm going to go to the Space Fox. I'm going to go to the Space Fox. Of course. Get out of the Space Fox. Don't do it. I'm going to go to the Space Fox. I'll take out of the Space. I was actually looking for a small art one. I can't buy you too much for me too. I'll buy you too much. I will go to the Space Fox. Ne, wird nicht geschockt Aua Voll mit dem Kopf da drauf gelandet, ey Aua Schmackhaft, ne? So, suche den Spacefog-Scheinwerferfilter in der Metro-Statthorn Ja, natürlich, zwei Stück von den Pfeifen Was auch sonst Ja Oh, ah Das grüne Kabel leuchtet noch Achso, hier muss ich rein Ne, ach, da oben ist das Muss ich gar nicht rein Also, will ich schon, aber Ähm Ah Ich lass dir mal mit ein bisschen Abstand Scheinwerfer Sieht gut aus Damn Zack Uh, sheesh Er sprung und mutz Oh, ho, ho Oh, ho, ho Oh Weg Ne, fuck, da kommt ein laufendes Stück Klumpenfleisch, ey Auf Platz Kann ich hier nicht so'n großes Ding mitnehmen? Was, ein Feuerwerk war nicht Teil des Plans Sehen nach, ob es selber gut geht Fuck Da oben Ja, das sind nicht meine Skin-Tone wechseln Dammit I swear this isn't on me Something up there must be setting them off You're the space captain You fix the techno I'll go burst some brains Da hinten ist Sarah, die Tombys greifen an Ah Mach dich weg Ja Ja Mann Wo willst du hinrennen? Ich halte durch Keine Sorge Ich hab gute Waffen Ja, für dich Ich will jetzt Keinen Film drehen Haut ab Oh, ins Gesicht Oh ja What is happening? Oh, der fuck are you, Pyro-Techniker Du kommst ein bisschen spät, mein Freund Aua, heiß, 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 heiß Aua, heiß, 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 aua Ich brenne Ich brenne, ich brenne, ich brenne Jesus Christ Kannst du Aaaaaah Kannst du nicht Wasser mitbringen Leck mich am Arsch Alter Jetzt bin ich schon wieder Lass mich bloß in Ruhe mit dem Feuer War hier nicht irgendwo Wasser? Oh, was war das für ein flammendes Inferno hier? Ja, mit dem Stuff Guck dir den Ding Oh, ah hier Installieren Boom Das ist ein bisschen Top-Shelf-Chutney Das ist ein Töner Sehr gut, Kapitän Du denkst, big Sebastian's Fanboying gave mir die Idee In diesem ersten Episode Die Crew ist verabschiedet Und Vixen hat ein Signal aus einem Schrapp Hoffentlich irgendwelche Überzeugungen von neben mir haben ein Beacon zu folgen Die Türbe Es ist wie diese Apokalyptische Sci-Fi-Story ist Gehen solo würde ein paar Dinge leichter machen aber andere schwieriger Und bleiben auf der Runde schafft seine eigenen Probleme Besonders hier und jetzt fühlt es wie ein Kapitän Vixen braucht Besonders für Menschen wie Sebastian Er findet es schwierig zu sein Ich muss es Schluss Aber lass ihn wissen dass ich bald wieder Ich habe ihn genug Ich habe mich überrascht Natürlich Schau Schau von der Hände Kapitän Überbringe Sebastian die gute Nachricht Hier habe ich ein Gefühl dass Sebastian irgendeine Scheiße gebaut hat Das ist echt ein schönes Game eigentlich Ich finde es auch echt schon gut blutig Das hatten wir schon lange nicht mehr so gute blutige Games finde ich Das war damals bei PS2 ja mal da war jedes Spiel brutal wie das von mir heute Muss ja alles auch noch family friendly sein Schmutz Ja kann er essen Bogen habe ich immer noch nicht bekommen Ja was Ich habe nie gesehen von jemanden wie du vor Es gab Explosionen Wo ist Frau Shepard ist sie okay sie ist sie ist sie ist das Sprecher ist die boulevard dank zu deine Idee Huh meine Idee was das ist was Kapitän machen listen zu die crew und sie 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 ist die coolste und so sind du You gotta take something is thanks for all the help and may the star of full pine forever guide us nice stay alert cadet Holy What the hell Das wahre der wachsamkeit jesus christ was kann das bei verwendung dieser waffe hält seinen moderaten zählichkeits boost ein hauptdunkel von zombies lösen eine kraftvolle explosion aus schwere angriffe laden schneller auf gewährt einen großen boost verfühlt sich schaden kann ich dann noch was pack ich dann noch drauf Bewege dich jetzt boost Ich war ja am hier ja Der blöde bisschen Brot anscheinend Spitzhacke kann weg Hackmesser kann weg Fleischklopper kann weg Hammer kann auch weg Sonnbecks behalte ich Die beide ja auch Das auch Obwohl die Axt Ah doch die beiden war auch All diese Axt Halt die Schnauze Halt die Schnauze Ocean Avenue da gehen wir jetzt hin Das Hotel Das Hörling Hotel Vielleicht nur Essen sammeln oder so Maybe ist T-Shirt da Achso Spieleinstieg Ich hab mich grad gewartet bis der Laden aufhört Zwei vermisst er eigentlich nicht War eigentlich hier irgendwie ein Schlüssel für den Safe Oh Oh Wer wird denn hier Das Bett Der Bett Da ist der Person Steve Einmal darauf wöchert und zufällig Die Schnauze zu Flüssigern Die Schnauze zu schnauzen Die Schnauze zu schnauze Die Schnauze zu schnauze Die Schnauze zu schnauzen Die Schnauze Der Bett Das Bett Er ist der Person Steve So, was hast du für eine Quest? John, Dani, Evie, Jeannette, achso du hast ja auch, aber vielleicht Staffen, Staffen, Staffen für mich. Hm, nicht wirklich. Oh, and check this out. Bullet pulled straight from the skull of God's twist to Misha herself. Shot dead by yours truly. Rosa. You're the one who goes out all over the city, right? Some call me the lone idiot. Got a tip for you. I heard there's some kind of military stash down in the metro. Straight to business then. Okay. How'd you hear that? From a friend? He ran with this gang, had a hideout down there, like the disused part where all the busted train cars end up. You might find something good. A friend? Well, then it's bound to be true. And this friends name? Diego. Right. Okay, I'll take a look. Die Kunst des Krieges. Ah, dann gehen wir da runter. Steige in die U-Bahn runter, um nach dem Militärkampf zu suchen. Ah. Jetzt, ne? Vorher war das ja immer eher so ein... Ich weiß noch nicht, ob ich dir vertraue. Ich suche das Gangversteck in der Nähe des kaputten Waggons. Das ist bestimmt da links, ne? Das... Mano, wieso häng ich denn mit dem fest? Der war doch irgendwo an der Tür oder so ein Weg. Ne, muss hier in der Nähe sein. Da, hier. Hello, little fella. Do you still work? Notebook. 2%? You horrible, horrible little machine. Nehmen wir euch die Feuerfleisch zuständig. Warte, warum war das Ausdruck? War ich nicht. Essen. Happa, happa. Neum. Hier. Tschöpag. Hau ab. Oh ne, brennende Einies. Ich hasse brennende Einies. American Style, Motherfucker. Yo, what the fuck? Aua, heiß. Aaaaaah. Brennendes Etwas. Du hast keine Beine. Richtiger Bumskloppen. Kann ich auch die Arme abhaken? Oh. Hm.